Abenteuer Hingabe ist ein Seminarwochenende in Psychology of Vision, bei dem wir unser Berufsleben, unser Beziehungsleben, unser Verhältnis zu unserer Familie auf den Prüfstand stellen und uns schauen, wie viel Gelassenheit, wie viel Empfangsbereitschaft, wie viel Loslassen, Vertrauen und Engagement haben wir eigentlich investiert bisher an den Stellen, an denen wir nicht so zufrieden sind, damit wie die Dinge funktionieren. Und wir gucken uns das ganz liebevoll und erbarmungsvoll, gutmütig an und schauen, welche Bereiche auf welche Weise diesbezüglich noch besser unterstützt werden könnten. Und das Ganze ist ein erfahrungsbasiertes Seminar, wo wir mit unserer Motivation, mit unserem Erlebnisraum arbeiten und die Freiheit unseres Erlebens mehr und mehr kultivieren und uns öffnen für neue Ebenen von Erfolg in Beruf und in Beziehung und für so ein Urvertrauen, das uns auch der inneren Führung, der erfolgreichen Co-Kreation mit allen Kräften, die in unserem Leben mitspielen, näher bringt. Und ich freue mich auf alle, die Lust haben, dabei zu sein. Es wird wieder auch Alexander-Technik-Einheiten geben. Es wird auch wieder Bewegungseinheiten geben. Wir sind in dem schönen Raum in Berlin-Zehlendorf und ganz nah an der Natur. Und ich sag mal, bis dahin und tschüss und juhu!